Mohoin Oh, ich hab vergessen Musik anzumachen Hallo Joah Da sind wir wieder Und wir haben Probleme Ich muss mit dem Fracking loslegen glaube ich Weil Also noch zusätzliches Fracking machen Für zusätzliche Landeplattformen Äh So Und zwar beim Igneum Teil Bei Teloxid funktioniert eigentlich recht gut Das arbeitet und liefert und 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 dann müssen wir von hier aus dann Rüber zum Igneum Oh Oh Okay Gehen wir hier lang Und dann geht's Okay Und dann ist das Und dann ist das Und dann ist das Dramatisch Hier ist es Dramatisch Oh. Weil das Ignium ist leider nicht mehr ganz so im Betrieb. Ich bin jetzt nicht mehr so im Betrieb. Das war's für heute. Oh, da könnten wir noch einen zweiten hinsetzen. Das war's für heute. So, zweiten Bohrer. So. 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 wie machen wir das hier als erstes. so. 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 hey ho. was geht so. so. Ich habe leider schon wieder zu viel Sachen abgebaut. Deswegen ist mein Technum vorkommen leer und ich habe noch keinen Technum. Oh, und ich hatte einen Bug heute. Der war richtig nervig. Ich lasse das hier gerade aktuell alles auf dem Server laufen. Und ja. War eine schlechte Idee. Gestern hatte ich noch eine Fracking-Linie fertig gebaut. Also mit Röhren. Und die wurden einfach zurückgesetzt zum Teil. Aber nicht alle. Das heißt, zwischendrin hattest du einfach Lücken in den Pipes. Und einige Maschinen wurden nicht übernommen und, und, und. Richtig nervig. Richtig nervig. Also mit Röhren. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaub, ne Dreiviertelstunde gedauert, bis ich das überhaupt rausgefunden hab. Das war's für heute. Und dann bin ich fertig. Aber das mit dem Fracking funktioniert übrigens sehr gut. Und dann bin ich fertig. Das ist wirklich so nervig, wie du dir gerade denkst. Auf jeden. Also, ja, ich weiß nicht, ob man die hier, hab ich noch nicht gesetzt, ob man nicht eher die hier dafür verwenden sollte. Aber... Die sind ein bisschen teuer. Das war's für heute. Das war's für heute. Man könnte natürlich ne Tunnelbohr-Operation machen. Was mir noch fehlt, ist ein Tunnelbohrer oder sowas. Also, dass du wirklich den kannst einfach losschicken und sagen, okay, bohr mir jetzt 300 Meter in die Richtung. Für irgendwelche Untergrund-Operationen. Das war's für heute. Ah, ha, ha. Ja, ähm, das denke ich mir auch. Also ich habe mein... Oh, ich bin draußen. Also ich habe mein, hier, wie heißt das, meine Drohnenproduktion auch vorangetrieben. Aber... Himmel. Das dauert ewig. Das dauert ewig. Oh Gott. Aber ich glaube, als nächsten Schritt werde ich, ähm, die Service-Roboter machen. Weil die bringen... Oh. Die bringt bedeutend mehr. Ja. 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 Die... Ach ja, das hier ist übrigens ein Fracking Tower. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hattest. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Wieso habe ich hydraulische Kolben so viele? Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. So. Ach, das sieht so geil aus, wie der Fracking Tower jetzt sich nach unten baut. So. 94, 53 und 18. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Okay. Okay. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So... 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 Oh Gott... So... 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 Habe ich die da unten abgerissen? Okay, super, dann läuft das jetzt wieder mit der Fracking. Also würde ich mich jetzt um Xenopherit, habe ich zerlegt. Also würde ich mich jetzt um Xenopherit, Okay, ich brauche Leiterplatten. Oh Gott, habe ich wenig. Ähm, was wollte ich? Oh ja, Hochöfen. Oh, Gott. Stellen wir nochmal Sprengstoff her. Das sind Fehlmittel. Ach Leiterplatten. Das sind Fehlmittel. Das sind Fehlmittel. Das sind Fehlmittel. Das sind Fehlmittel. Das ist Fehlmittel. Das ist Fehlmittel. Das ist Fehlmittel. Sie sind im Ziel. Das sind Fehlmittel. Das ist Fehlmittel. Untertitelung des ZDF, 2020 Moinsen Was geht? Oh Ich will einen zweiten Fracking-Turm aufbauen Ich will einen zweiten Fracking-Turm aufbauen Du hast eine gute Ausgabe Ich will einen zweiten Frick-Turm aufbauen Ich will einen zweiten Frick-Turm aufbauen Ich will einen dritton und einen dritton Übel Ja, das ist auch so ein Knackspunkt bei mir. Da müsste ich eigentlich jetzt mit dieser Service-Roboter-Geschichte anfangen. Damit das ein bisschen profitabler alles wird. Ja, das ist auch ein Problem. Oh, da wollte ich hin. Also ich kann fast nur noch raten, den, ähm, wie heißt das gleich noch, äh, die ganzen Solarpanels zu bauen. So, ich kann fast nur noch dazu sagen. Ich kann fast nur die taste. So, ich kann fast nur noch dazu sagen. Wie heißt das für alle? Und wie kann man wissen? Das ist auch nicht mehr, würde ich eher nicht mehr so sagen. So, ich kann vielleicht von allen. Aber auch nicht mehr so sagen. So, ich kann mich nicht mehr so sagen. So, ich kann nicht mehr so sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Geht das langsam weiter Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, eben noch Förderbänder holen. So, bei Xenopherit müsste jetzt auch der Fracking Tower fertig sein. Mal kieken. Und dann kümmern wir uns um Technum. Ganz wichtig, mein Ölvorkommen. Ist das leer gefuttert? Noch nicht. Okay, gut. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! So... 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 Okay, der Standort ist kacke. Okay, der Standort ist kacke. Was nicht im Wasser liegt. Das würde ich, glaube ich, eher nehmen. Oder haben wir hier noch irgendwo was? Hier oben. Nee, das ist viel zu weit. Aber hier... Hier könnten wir easy hier hingehen. Ja, also fliegen wir zum Igneum. Ja, also fliegen wir zum Igneum. Ja, 1,5 Kilometer, ey. Da fliegst du einfach jetzt eine Dreiviertelstunde durch die Gegend... ...und wartest drauf, dass das hier weitergeht. Aber morgen will ich Roboter bauen. Heute machen wir das Fracking fertig und morgen kommt dann... ...ja. Aber wie der Fracking Tower aus dem Nebel auftaucht, das ist auch so geil. Das ist cool. Also... Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 88 und 54. 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 89 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 und 55. 89 und 54. 89 und 55. 89 und 54. 89 und 54. 89 und 55. 89 und 55. 89 und 54. 89 und 54. 89 und 54. 89 und 55. 89 und 55. 89 und 54. 89 und 55. 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 89 und 55.